Fünf Minuten, nur fünf Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minutes Uncut. Meine fünf Minuten, die starten jetzt. So, dann sind wir wieder bei den 5 Minutes Uncut. Diese Woche ist mir mal was aufgefallen, oder besser gesagt, es fällt mir ja schon öfters auf, dass viele von uns gar nicht mehr Lust haben, irgendwas zu suchen. Man ist, ja, man ist sehr bequem, man geht nur noch zu Facebook rein und sagt, okay, beantwortet mir doch mal meine Frage. Zum Beispiel, ist das Samsung Galaxy S10 gut oder das S20? Könnt ihr da mir was dazu sagen? Oder wo finde ich denn den und den Anschluss? Also, zum Beispiel beim Fernseher, was hat der für Anschlüsse? Wo finde ich denn das? Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich alle so bequem geworden sind, weil normalerweise jedes Gerät hat eine Bedienungsanleitung. Wir kennen alle Google. Da kann man ja auch mal googeln und mal nachschauen, was denn, ja, was die Funktionen des Gerätes sind. Ich habe hier zum Beispiel, ja, mehrere Smartphones, Kameras, Mikrofone und so weiter und so fort. Nicht jedes hat natürlich eine Bedienungsanleitung dabei. Also, was mache ich? Ich gehe online zum Hersteller, gucke mal, ob es da eine Bedienungsanleitung gibt. Oder man kann sich doch mal selber wirklich mit seinen Sachen beschäftigen und muss nicht immer nachfragen gehen. Das ist heutzutage irgendwie, wie soll ich sagen, ja, wahrscheinlich der Weg des geringsten Widerstandes. Ich schreibe jetzt einfach mal was bei Facebook rein, frage mal an und dann kommen ja schon die Antworten. Manchmal muss man auch sagen, neuerdings machen sich auch viele zum Hobby, zum Beispiel auf Anfragen schnippisch zu antworten oder ein bisschen zu träumen. Ist wahrscheinlich den einen oder anderen dann auch aufgefallen und dementsprechend muss ich auch sagen, führt das wirklich zum Ziel, wenn ihr dann eine Anfrage stellt und jeder andere postet irgendeinen sinnlosen Mist darunter, der euch gar nicht weiterhilft. Nur, weil er euch dann mal kurz verarscht, weil er sich sagt, der ist ja blöd, ne? Also, das finde ich natürlich dann auch nicht unbedingt so zielführend, wenn man dann sagt, okay, oben schreibt einer, wie ist denn das neue Galaxy S20, wie gut ist das denn? Unten kommen dann plötzlich so als Empfehlung rein, Redmi, Note 9, Xiaomi, Mi und was weiß ich noch für Hersteller, nur um dann irgendwie sein eigenes nochmal zu verkaufen und zu verlinken, wie auch immer. Das ist schon ein bisschen komisch. Oder wenn einer sagt, ja, ich suche unbedingt ein Smartphone für mein, ich musste jetzt mal kurz mich ein bisschen drehen, weil mein Green Screen gerade weg war, für meinen Vater, ich suche jetzt ein Smartphone für meinen Vater, für meine Mutti und wie auch immer. Was könnt ihr denn da empfehlen? Also, meine Empfehlung ist immer ganz eindeutig. Nimm deine Mutti, deinen Vati, die wissen doch, was die eigentlich wollen. Nimm die doch, frag doch nicht einfach, wieso willst du wissen oder warum denkst du, dass genau wir dir sagen, was sie wollen. Wir geben dann x Empfehlungen. Im Endeffekt hast du vielleicht ein riesiges Smartphone von uns, was du sagst, okay, das ist ja super günstig, das habt ihr euch mir empfohlen. Ja, und deine Eltern sagen dann, wissen das für einen Scheiß. Also, das finde ich dann auch nicht so unbedingt optimal. Das ist eher suboptimal. Und dementsprechend ist es schon komisch. Beschäftigt euch doch mal selber mit dem Zeug. Das Wort jetzt schon mal scharf ist. Beschäftigt euch doch mal lieber selber mit dem Zeug. Nehmt eure bekannten Verwandten mit, für die ihr das kaufen wollt. Natürlich ist es manchmal blöd zu sagen, okay, ich möchte sie dann überraschen als Geschenk. Gut, das kann dann nach hinten losgehen. Warum nehmt ihr sie nicht einfach mit und sagt, ja, such schon mal aus, das ist mein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich spiele einfach mal kurz mit offenen Karten, ist doch egal. Da hat man dann mehr davon, als wenn man sagt, okay, wurde mir geschenkt, ist doch nicht so toll, ne. Und auch dieses Ganze, ja, diese Fragerei, diese, man ist ja nur noch, jetzt, man sagt was bei Facebook, sucht man für mich, eine Horde sucht und im Endeffekt, das ist ja ein Scheiß, den ihr mir empfiehlt, oder was ihr mir erzählt, ne. Oder auch bei den Bedienungsanleitern, man muss sich doch irgendwie mit seinen Geräten beschäftigen, wenn man da irgendwas kauft und nicht irgendwie sagen, ja gut, wusste ich nicht, es interessiert mich nicht. Ich meine, wenn ich zum Beispiel einen alten Fernseher habe, wo ich nicht alle passenden Anschlüsse habe, dann kaufe ich mir natürlich Peripherie, die dazu passt. Und dementsprechend muss ich mich erst mal damit beschäftigen, bevor ich überhaupt irgendwas kaufe und nicht einfach nur dahergehen und sagen, ne, ihr könnt mir schon irgendwas empfehlen, was da gut ist, das wird ja dann auch passen. Beschäftigt euch doch mal selber damit. Ich meine, wenn ihr euch nicht mit euren Geräten oder Sachen beschäftigt, was passiert denn da? Ihr habt doch keine Ahnung davon. Ihr fragt dann, wo sind los durch die Gegend weiterhin. Und vor allem auch in den Bedienungsanleitungen, da steht ja so viel drin, was ihr eigentlich wissen könnt und wollt. Da entgegen muss ich dann nächste Woche nochmal was machen, was genau passt, so Richtung langsam Frühling. Und dementsprechend habe ich da auch schon mal wieder Ideen für die 5 Minutes angehabt. Also, wie gesagt, bin schon fertig. Meine Message war irgendwas, selber gucken, selber suchen und dann passt das. So, das waren die 5 Minutes im Cut. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema so und ähnliches. Ciao, ciao und bye-bye, sagt euer Ulrich. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben, wenn nicht. Na ja, gut, habe ich Pech. Und vielleicht abonniert ihr mich. Also, macht's gut, Leute. .